In den unendlichen Weiten des Universums gibt es nur einen Beweis für die Existenz von intelligentem Leben. Doch in einer weit entfernten Galaxie hatten hochentwickeltes Obst und Fleisch friedlich miteinander gelebt, bis sich Pigeldie zum Imperatorschwein über das Obst aufschwam. Darauf brach ein gewaltiger Krieg aus, der viel Obst zermatschen und Fleisch bis zum letzten Bockwürstchen in den Fleischwolf reißen sollte. Das Fleisch kämpfte erbittert, doch es wurde durch das Obst immer weiter zurückgedrängt und schließlich vernichtend geschlagen. Während das Obst in Frieden auf seinem Planeten wächst, reift und verfault, landen eines Tages Menschen auf dem fernen Planeten des Obstes. Ahhhh Oh 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 Oh! Untertitelung des ZDF, 2020